Okay, jetzt geht's anscheinend weiter, hoffentlich weiter. Mal gucken. Ich hab da jetzt einfach mal auf nochmal superhot geklickt. Das sieht aus, als wenn es weitergeht, ja. Ach du Scheiße. Das war's. Sehr schön. Machen wir gleich mal weiter. Das ging jetzt relativ einfach. Das war's. 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 So, hier ist ne frische Waffe. Das war's. 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 Ich hab's. Ich drück einfach nur DF die ganze Zeit, damit er irgendwas nimmt. I don't know what to do. Yes, you do. Leave. You have suffered. Trauma. Seek medical attention. None of this happened. This is where your story ends. Das war's. Das war's. Ernsthaft. Chat endet. We talk about this. Jo. Gut. Das heißt dann somit, dass es das war. In diesem Fall fünf Minuten oder knapp sechs Minuten das Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einfach mal einen Daumen hoch da. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch mal mit Facecam. Und das Ganze soll auch für die Xbox One rauskommen. Dann werde ich's, denke ich, nochmal zocken. Und, äh, ja. In diesem Sinne, äh, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei. Und, ja. In diesem Sinne, bis demnächst. Und immer schön weiter zocken. Ciao. Ciao. Euhm 2 1 5 100 100 ット